Mike Heiter überraschte seine Dschungel-Camp-Kollegin Leela Lau mit einer ganz besonderen Frage. Es ist die Liebesgeschichte des diesjährigen Dschungel-Camps. Dabei sah die Welt für Mike Heiter und Leela Lau zunächst nicht gerade rosig aus. Mit ihnen war nämlich auch Mikes Ex-Kim Virginia im Camp, die nicht müde wurde, ihren Verflossenen auf Trab zu halten. Erst nach ihrem Auszug entwickelte sich ein kleiner Flirt zwischen den beiden, der aber nach wenigen Tagen schon wieder im Keim erstickt worden ist. Der Grund, Mike wollte es langsam angehen. Trotz anfänglicher Enttäuschung seitens Leela, scheint das der richtige Schritt gewesen zu sein. Denn wenige Wochen nach der RTL-Show verkünden die beiden jetzt, sie sind ein Paar. Nachdem Mike ihr seine Heimatessen gezeigt hatte, war er bereit für den nächsten Schritt. Bei Instagram veröffentlichte er ein Video, auf dem zu sehen ist, wie er Leela durch eine Haustür ins Wohnzimmer führt. Dort angekommen, wartet eine ganz besondere Überraschung auf sie. Eine Herz-Girlande, die fragt, will you be my girlfriend? Zu deutsch, willst du meine Freundin sein? Ihre Reaktion ist eindeutig, sie fällt ihn um den Hals und küsst ihn überschwänglich. Zu dem Video schreibt er nur, she said yes, ach wie schön. Dschungelcamp, so viel verdienen Mike Heiter und Leela Laa jetzt aber nicht nur liebestechnisch hat sich das Dschungelcamp für die beiden gelohnt, auch finanziell ist ordentlich was rausgesprungen. Für seine aktuelle Club-Tour kassiert Mike Heiter pro Auftritt angeblich 4000 Euro. Nur, damit er mit den Gästen Fotos macht und Autogramme gibt. Zusätzlich dazu wird er in einer Show von den Sixpacks als Stripper auftreten. Bei seiner Freundin sieht es nicht anders aus, auch für Leela läuft es richtig gut. Dank ihrer stark gestiegenen Follower-Innenzahl soll sie pro Posting ordentlich Kohle kassieren. Genauer gesagt rund 20.000 Euro. Nicht schlecht, oder?